Ich hab ihn! Ich hab den Job! Willst du mich heiraten? Ja! Ob wir was zusammen machen, das haben wir ewig nicht mehr. Wollen wir Fernsehen oder so? Ich bin echt fertig. Was machst du denn da? Glaubst du, man kann mit jemandem sein Leben lang zusammenbleiben? Wir wollen den ganzen Tag reden! Und wir schauen mit beiden, läuft's immer noch nicht besser. Wir müssen dringend was besprechen. Jetzt? Die Schmerzen, mit denen Sie zu kämpfen haben, werden von einem Tumor verursacht. Er wächst sehr schnell und Sie sollten sofort mit der Behandlung beginnen. Ich will einmal leben. Ich will quer durchs Land reisen. Ich will Tiere sehen, in der Natur sein. Das ist Leben! Soll das heißen, dass unser Kreml genügend eingebracht hat, um ein Wohnmobil zu kaufen? Ich hab das Auto verkauft. Du hast was? Wir hätten nur ins Auto steigen und losfahren müssen. Die letzte Nacht und heute, das war Spaß. Es war unbeschwert und es war wunderschön. Und ich will mehr davon. Meine wunderschöne Frau hat mich etwas gelehrt. Liebe ist eine Reise. Jedes Männemanöver, jede Abzweigung und jeder unerwartete Umweg hat seinen Sinn. Stopp! Ihr wisst nicht, welche Hindernisse noch vor euch liegen. Ihr müsst einfach weiterfahren. Vertraut darauf, dass der Regen irgendwann aufhören und die Sonne wieder scheinen wird. Ich brauche dich. Ich brauche deine Unterstützung. Ganz egal, wie schlimm es noch wird. Oh nein, wir schießen auf uns! Über zwei Dinge lachen nichts in der Schwung. Liebe und Freiheit. Untertitelung des ZDF, 2020